Efantia Benetatu packt aus. Wie läuft das Co-Parenting mit ihrem Ex Chris Breu? Im April 2021 geben die einstigen Sommerhausteilnehmer ganz überraschend ihre Trennung bekannt. Das Ende ihrer Beziehung kommt vor allem deshalb für viele Fans so plötzlich, weil die beiden ein gemeinsames Kind erwarten. Doch nach dem Liebesaus kehrt bei dem einstigen Traumpaar kein Frieden ein. Im Gegenteil. Die beiden liefern sich einen heftigen Rosenkrieg im Netz. Auch nach der Geburt ihres Sohnes George scheinen sich die Eltern nicht wieder zusammenzuraufen. Mit Charlotte würdig spricht die einstige Bachelor-Kandidatin jetzt in einem Podcast ganz offen über das Co-Parenting mit ihrem Ex. Dabei gibt Eva ehrlich zu, die gemeinsame Kindererziehung gestaltet sich als ziemlich schwierig. Leider sehe ich von der Seite des Vaters nicht wirklich viel Bemühen. Er sieht ihn jetzt einmal die Woche für eine Stunde. Und das halt eben draußen. Weil er sich einfach weigert, bei mir zu Hause mit dem kleinen Zeit zu verbringen, weil es mein Zuhause ist. Es ist aber das vertraute Heim des Kindes. Dieses Verhalten kann die Neumama überhaupt nicht verstehen. Sie findet es schade, dass der 32-Jährige kaum noch Zeit mit seinem Nachwuchs verbringt. Die erste Woche nach der Geburt war auch alles okay. In der Form, dass er auch öfter hier war und den Kleinen gesehen hat und wirklich Interesse gezeigt hat. Mit der Zeit hat das dann nachgelassen. Natürlich wünscht sich die Influencerin, dass Chris mehr für seinen Sohnemann da ist. Es freut mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass sie zusammen sind. Aber für ihn ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig, Zeit mit mir zu verbringen. Deswegen kann ich halt nichts weiter tun, als auf mein Kind zu achten. Umso dankbarer ist die Brünette deshalb für die Unterstützung, die sie von ihrer Mama und ihren Freunden bekommt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich echt froh bin, dass ich meine Familie habe und auch Freunde. Trotzdem hofft die 29-Jährige, dass sie eines Tages endlich den Richtigen trifft. Bereit für eine neue Beziehung ist Eva auf jeden Fall. Dabei hat sie auch schon genaue Vorstellungen, wie der perfekte Partner sein soll. Ich brauche einen Mann, keinen Jungen, der mit beiden Beinen im Leben steht und weiß, was er von seinem Leben möchte. Die einstige Promi-Big-Brother-Kandidatin ist aber noch zwiegespalten, ob sie ihrem zukünftigen Freund auch direkt ihr Kind vorstellt. Die Griechin geht die Partnersuche momentan auch ganz locker an. Sie glaubt, dass ihr der Richtige eines Tages bestimmt über den Weg läuft. Ich suche nicht krampfhaft danach, überhaupt nicht. Doch sobald Eva wieder vergeben ist, lässt sie sicherlich auch ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Ich suche nicht krampfhaft, dass sie sicherlich auch ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Ich suche nicht krampfhaft, dass sie sicherlich auch ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Ich suche nicht krampf, dass sie sicherlich auch ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben. Ich suche nicht krampf, dass sie sicherlich auch ihre Fans an ihrem Liebesglück teilhaben.